Danach ging nichts mehr. Man hat nicht mehr an das Leben gedacht. Ich kann nicht so gut greifen mit der rechten Hand und ich humpel auch. Ich habe gedacht, ich bin noch so jung und jetzt ist es vorbei. Es kamen Gedanken, ich kann mit ihm nie Dinge erleben, die Mamas mit ihren Kindern machen. Man kann Leben retten, wenn man mehr Aufklärungsarbeit leistet. Und deshalb möchten wir ein Zeichen setzen. Bitte setzen auch Sie ein Zeichen.